Ich versuch's ins Sichtfeld zu kriegen. Ausgenockt. Sehr gut. Chill, chill, chill. Ich umlauf noch mal ein bisschen mehr. Ich seh ihn. Hat einen Hit, hat einen Hit. Ja, ja, ja. Ich müsste ihn eigentlich gleich haben. Er liegt irgendwo, er liegt irgendwo. Ja, umlaufen vor mir, vor mir, vor mir. Ach, fuck, Alter. Bin safe. Hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Wichser, da lag da einfach im Gras. Oder lag da an dem Baum? Nee, da lag auf dem Felsen. Auf Freiflässgefelsen. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir heil in den Kreis kommen. Ich geh an den scheiß Häusern da vorbei. Wo willst du dran vorbei? Links oder rechts? Unten? Unten. Kommen wir gehen unten lang. Ja. Oh, direkt vor mir einer. Oh, ich seh überall Spieler. Scheiße. Ich muss jetzt rein, ich muss rein, ich muss rein, ich muss rein, sonst bin ich tot. Steppst du bei mir? Ja, ja, klar. Einer ist direkt über uns. Ah, ich muss mich heilen. Oh, ich bin nicht drin. Och, lol, Alter. Jetzt bin ich drin. Oh, Mann, Alter. Der sieht mich gleich, der sieht mich gleich. Ja, Mann. Ich sehe den. Einer tot. Unten 195, einer am Baum. Ja, das ist der, auf den der geschossen hat. Das sind zwei, glaube ich. Also, ich nehme jetzt meinen letzten Boost. Noch einer down. Zwei unten da down. Ich habe Boosts hier. Ich dropp dir. Danke. Wie weit müssen wir? Sehr weit. Da vorne ist noch eine leise. Der hat auch noch Boosts. Ich lasse dir das mal. Brauchst du noch First Aid? Brauchst du noch First Aid? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich nehme was. Ich nehme noch zwei mit. Kann ich nicht. Ab geht's. Komm. Alles gut. Ich habe vier Boosts jetzt. Ich habe auch noch vier. Okay. Oh, wir haben hier gut Deckung eigentlich. Ist ganz in Ordnung hier. Das darf jetzt nur gleich nicht aufhören. Ähm. 240. Da sind zwei gute Steine und so ein, so ein... Oh. Ähm. Einer über die... Zwei über die Freifläche. Zu uns, Herr? Nee, nee. Laufen parallel zu uns auch im Kreis. Aber die sind später im Kreis als wir. Ich weiß nicht, ob du die versuchen willst zu machen. Der eine schleicht gekrümmt. Ausgenockt. Da ist noch einer vor. Einer noch vor. Ich kriege ihn nicht. Keine Ahnung. Oh. Konnt. Vor uns zwei am Baum. Äh. 330. 330 sind auch zwei. Ich habe einen getötet. Also auf 330 sind zwei Leute am Baum. Und 255 sind zwei am Stein und Baum. Ich sehe sie nicht mehr. Ah, die sind aber noch. Tot. Der war allein. Sehr gut. Äh, 330 ist safe. 330 ist safe jetzt. Oh, lol. Auf 330 liegt noch einer am, an einem Baum. Oh, der hat so viele Hits. Auf 240 hat so viele Hits. Ich habe einen ausgenockt. Muss ich wieder, ich muss, brauche Deckung. Wir haben noch zehn Sekunden, ne? Wir sind doch gut im Kreis. Alles gut. Okay. Soll ich zu dir rüberpusten? Es sind noch vier. Ne, ne. Passt schon. Ähm, unter uns. Also unter mir. Ja, Südwesten sind zwei Spieler am Baum. Einer hat hart gefressen. Ja, ja, genau. Genau. Die meine ich. Ähm, Nordwesten pusht einer direkt in die Mitte rein. Einer ausgenockt. Der andere ist super low, der andere ist super low. Ja, der ist tot. Ja. Der andere ist super low. So, okay. Einer vor uns, zwei links neben uns. Richtig, richtig, richtig. Ich sehe einen von denen. Ausgenockt. Wo sind die denn? Links, links. Einer ist links ausgenockt. Ist tot. Einer noch. Einer noch. Das ist nur der am Baum. Nur der am Baum. Nur der am Baum. Nur der am Baum. Und der muss zu uns. Der muss zu uns. Der muss zu uns. Ja, ich pusse mich voll. Alles gut. Ist safe. Ist safe. Bleib bloß nicht bei mir, Alter. Ich bin nicht bei dir. Ja, ja, komm bloß dorthin. Wir brauchen die zwei Winkel. Ja, ja, genau. Das ist safe. Siehst du, wenn er losläuft? Weil ich bleibe zu lange in Deckung, bis er losläuft. Er läuft schon los. Ja, gefressen. Easy. Ach, komm, André, ey. Ohne Scheiß. Locker weg, Alter. Pille-Palle, Junge. Pille-Palle. Nice, Mann. Richtig nice. Geil. Ach, pfff. Was? Ach. Dieses Spiel unterfordert mich. Das neue 2-fach Scope ist einfach so viel besser. Ist Hammer, oder? Du kannst diesen Punkt einfach viel besser nutzen. Vorher war er so klumpig und jetzt ziehst du einfach viel mehr. Und es ist eigentlich ein schöner Kompromiss. Du kannst damit auf Range genug sehen. Hast aber auch ein großes Field of View, um alles mitzubekommen, während du im Scope bist. Oh. Du kannst mitzubekommen, um alles mitzubekommen, um alles mitzubekommen.